Kalt, nass, dann ausgedörrte Kehle, Hitze, Wind, wühlt Pelz auf, Rufen, Kanonenfeuer irgendwo in der Ferne, der Adra-Koloss, leuchtende Morgen der Morgen, wegschauen, es brennt, der Rumpf fließt unter Deck, eine Party und du hier draußen immer noch suchend. Was für den Kauderwelsch gibt der mir da? In einem zerfetzten Orkan, alle an Bord eines Schiffs namens Defiant. Seraphens Stimme holte ich aus seiner Vision, okay. Ja, Adam mag das und Soti mag das, weil es unbeschwert ist. Weiß nicht, dass ich mich nicht besonders geehrt fühle, die Bekanntschaft heißt so, schneidigen Fürsten zu machen. Er hebt sie von einer tiefen Verbeugung, die du nicht gesehen hast und du bist dir nicht sicher, ob das Deck der Dauntless so unstet ist oder deine Beine. Ja, ich erinnere mich an die Drake. Ja, mutig trotzig, dann dürfte das ein Kinderspiel sein. Ich bin darauf erpicht, meinem Bengel eines Landsmanns die dringende nötige Demut beizubringen. Ich dachte, dir wäre das vielleicht auch wichtig. Voranthesisch für, erledige meinen Job für mich, mein Freund. Ich hoffe, die Mühe hat dich nicht umgebracht. Die abnormalen Worte führen durch deine Gedanken wie die, wie Pfeile. Nicht ganz die eigenen, aber auch nicht völlig anders als die eigenen. Wo könnte ich Käpt'n Benweth finden, wenn ich meine Lektion verpassen will? Warum sollte das mich betreffen? Wenn Benweth einer von euch ist, sollte dann nicht du die Verantwortung für sein Handeln übernehmen? Benweth ist kein Käpt'n von mir, Amiko. Es ist nicht unter meiner Flagge, dass er Drake sailt. Benweth ist kein Käpt'n von mir, Amiko. Unter meiner Flagge segelt die Drake nicht. Allerdings würde ich gerne seine Handlungen mäßigen, wenn sie die Prinz C.P. insgesamt gefährden. Wie hat Benweth die Prinz C.P. gefährdet? Wirst du behaupten, wenn wir dich ärgern, wirst du keine Bedrohung für uns sein? Eko C. heißt... Ah ja, Eko C. entschuldige, wenn ich dir nicht glaube, Drachentöter. Der Käpt'n lacht und reibt sich den Rüschenkragen an seiner Kehle. Also Eko C. heißt auch entschuldige. Die Nachricht über Benweths Überfahrt, auf die wir fallen, wird sich im ganzen Toreosfeuer verbreiten. Noch mehr Dummköpfe werden dich dann ausnehmen wollen. Ich würde vorschlagen, du hältst alle anderen hin, indem du ein Beispiel statuierst. Wo könnte ich Käpt'n Benweth finden, welche ich in meiner Lektion verpassen will? Aber ich dachte, du wirst Benweth etwas Bescheidenheit beibringen. Warum erzählst du mir das? Warum solltest du mir helfen wollen? Sind wir mal skeptisch? Ich will ehrlich zu dir sein, Amiko. Er säuft schwer. Ich mag Benweth nicht und auch nicht die Leute, mit denen er sich umgibt. Solche Dummköpfe und Halbungen dienen nur dazu, den guten Namen der Prinz CP zu beschmutzen. Also ich glaube, du bist in der Lage, ihm wieder auf den rechten Weg zu bringen. Ich arbeite nicht umsonst. Das hört sich zwar an, wenn ich Benweth bezwinge, tue ich dir einen Gefallen. Dann möchte ich einige Fähigkeit dafür. Wo könnte ich Benweth finden, wenn ich ihn meine Lektion verpassen will? Du bist kein Halunke wie Benweth und die Leute, mit denen er sich umgibt. Der Käpt'n beide seine Arme aus, Handfälchen nach oben, in einer entwaffnenden Geste. Ich bin natürlich ein Gentleman und kann sicher keinen Dummkopf. Ja, es hört sich an, wenn ich Benweth bezwinge, tue ich dir einen Gefallen. Dann möchte ich eine Gefälligkeit dafür. Der Humor weicht aus seinem Gesicht. Ich sollte vermutlich nicht mehr von jemandem erwarten, der einst für die Dutzenden gearbeitet hat. Natürlich, Amiko. Arbeite mit mir zusammen und ich werde deine Taschen mitgebracht haben. Wenn du dich um mein Problem gekümmert hast, werde ich dir in meinem Hafen ein schönes Willkommen bereiten. Jetzt noch ein Tipp für dich. Sein Lächeln kehrt zweifältig zurück und er nickt einem vernehmlich. Benweth Drake wurde im Sturm beschädigt. Er wird irgendwann anlegen müssen, um sie zu reparieren. Und wenn er das tut, kann Serephan ihn für dich finden. Vorrannt dem Wink mit einer Hand dem Orlaner an seiner Seite zu. Er ist eher eine grobschichtige Kreatur, aber er ist ein erstklassiger Schiffsjäger, das kann ich dir versichern. Unrefiniert? Begegnet dir, Entschuldigung, Kapitän. Aber ich bin der verdammte Modell eines Pflücksritters, der Orleaner spottet. Was Benweth betrifft, dieser Tintenfisch-Titten-Lutsch, was? Ist so vorhersehbar wie die Gezeiten. Ich verwette alle meine Feldteile, dass er nach Todeslicht siegelt. Das wäre allerdings sehr gelungen. Ich glaube, darauf versteckt sich auch der Verräter Remaro. Ich mag es, wenn man zwei Männer mit einer Kugel tötet. Ich hätte es mir nicht in den Sinn gekommen, wenn sie es nicht erwähnt hätten, mein Herr. Dennoch fühlst du einen Zorn in dir hochsteigen, der nicht von dir ist. Seraphine zieht sich zu dir und verbeugt sich wieder. Ich habe es nicht gerade eilig, die angenehme Gesellschaft des Müßiggängers aufzugeben. Aber der Käpt'n könnte recht haben, was mich und deine Spur betrifft. Darüber hinaus segelst du nach Fort Todeslicht, ohne zu wissen, wer oder was du bist. Es könnte gut sein, dass dein Schiff von den Kanonen der Einheimischen in Stücke gerissen wird. Er grinst breit. Wir kommen an Bord, Seraphine. Was kannst du für mich machen? Seid ihr beiden fertig? Warum solltest du mir deinen besten Schiffsjäger leihen? Ich brauche deine Hilfe nicht. Ja, fragen wir mal skeptisch. Welches Unternehmen benötigt, nicht eine Investition, um zu florieren? Seraphine ist eine Ausgabe, deren Rückgabe ich von dir erwarte. Mit der einen oder anderen Zahlung. Okay, dann wir kommen an Bord. Du wirst das nicht bereuen, Wächter. Zumindest lange du uns ordentlich mit Grog und nur wenig mit Zwiebeln versorgst. Diese schmutzigen Scheißäpfel konnte ich noch nie vertragen und ich vermute, das wird sich auch nie ändern. Er klopft sich auf den Bauch, als er sich zu dir neigt. Er schläft dich in der Nähe meines Ankerplatzes. So viel kann ich dir versprechen. Ich säge jetzt nach Stauholz, meinem sicheren Hafen. Ich warte dort auf dich, sofern du Erfolg hast beim Schulen unseres eigenwilligen Käpt'ns. Ähm... Medium oder Papa? Baba! Machen wir Medium aus ihm. So, das war jetzt ein nettes Intermezzo. Ja, Stufe 1. Sie hat viele Erfahrungspunkte. Äh... ja. Gut, äh, wie sieht's mit unserer Crew jetzt aus? Du bist Chirurg und du bist Matrose und Kanonier, also... Geh mal in die Chirurgie und hilf mal beim Verarzten, während wir nach Port Maie steuern. So, und Vorräte kaufen. Wir haben einen neuen Kanonenschuss, das will ich mal aufstocken. 50, das wäre 500, ich stock mal auf 11 auf, dass wir 20 haben. Ich kann irgendwelchen Schrott dagegen handeln, um ein bisschen Geld rauszuhauen. Wir haben hier zum Beispiel Schwerter, alle 6 können mal weg. Und der Säbel ist überschüssig, weil Edda hat da nen Säbel. Äh... Brustharnische können auch mal 3 weg. Was haben wir noch hier? Lederrüstung, der Principin, Gumbasson. Der Valianische Mantelrock, der kann auch mal weg, so. So, Kanonenkugeln. Ich brauche auf jeden Fall medizinische... Komm, Reparaturvorräte, die machen wir mal voll. Das sind noch 21, die wir brauchen. Medizinische Vorräte, machen wir mal 23, da haben wir 30 nämlich. Kaufen wir noch 20 Reis. Und 20 Ale. Oh, ein Handelsschiff. Kann ich mir auch ne... Wow. Wow. Ja, ich muss das dringend umstellen, dass ich mit der Null auf dem Nummernblock meine Framezahl hin und her schiebe. Ihr seht das natürlich nicht. Aber ich seh's halt. Todesfeuerhändler. Guckt euch das an. Das ist ja... Hammergeil, ey. Also das ist die ganze Todesfeuerkarte. Ich muss mir irgendwie gucken, dass ich mir ein Bild mache, wenn wir auf dem Schiff gerade sind. Vor Todeslicht, Stauholz, Invegetanische Ausgrabungsstätte. Gruppenverwaltung. Kein Gefährte zum Anheuern verfügbar. Hm. Ja. 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 Kann ich halt nichts tun, um die Mannschaft besser zu heilen? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. So. Fünf Reis bleiben mal hier unten. Schiffszweepack und Wasser. Ach, die nehm ich mal raus, solange wir sie nicht brauchen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte bei meiner normalen Flagge bleiben. Ähm. Reiswein, Wasser, Milch, Grock. Da ist Grock. Äh, nein. Ich wollte... Ja, genau. Hiervon 20 nehmen und noch da oben reinschieben. Hä? Warum nimmt der die Fahne? Dann nehmen wir halt von hier neun. Ach, da unten. Dankeschön. Segel, Rumpf, das können wir alles austauschen. Naja, wir können den Rumpf austauschen, verbessern oder verschlechtern. Kanonen haben wir zur Zeit keine. Okay.